Lobbyisten für Kinder Lobbyisten für Kinder, kurz LFK, ist eine familienpolitisch ausgerichtete Partei. Sie will, so sagt schon der Name, Kindern eine politische Vertretung bieten. Die Partei fordert eine grundlegende Bildungsreform und spürbar mehr Investitionen im Bereich Bildung, Schulen und berufliche Zukunft unserer Kinder. Neben einer Absenkung des Wahlalters zu mehr politischer Partizipation von Jugendlichen sollen in Städten Kinder- und Jugendräte aufgebaut werden und durch steuerliche Begünstigungen und Schaffung bezahlbarer Wohnungen für Familien diese stärker gefördert werden.